Hallo und ganz herzlich willkommen bei CyborgSoft. Heute wieder eine neue Windows 11 bzw. Windows 10 Build. Das ist hier die Build Version 11102. Wir hatten es erst vor einer Woche, da war die letzte Windows 11 Version da oder die letzte Build Version da und auch bei dieser Version hier hat sich optisch relativ wenig verändert. Wir haben an der Oberfläche immer noch wenige Neuerungen bis auf gar keine Neuerungen. Zumindest sind mir jetzt hier keine Neuerungen aufgefallen. Die einzige neue Funktion, die wir haben, befindet sich im Microsoft Edge Browser. Und zwar kann ich jetzt hier im Microsoft Edge, wenn ich mehrere Seiten besucht habe, auf den Vor- oder Zurück-Button gehen mit der rechten Maustaste und habe jetzt hier meine entsprechende History mit den Seiten, die ich vorher besucht habe. Man kann jetzt hier zum Beispiel Google direkt anspringen oder auch YouTube direkt anspringen. Das war es erstmal dazu, zur neuen Windows 11 Build. Ich zeige nochmal ganz kurz den WinWare Dialog. Hinweise mal hier auf WinWare. Haben wir hier die entsprechende Build Version. Ist wie gesagt die 11102. Immer noch hier mit der Version 1511, also verknüpft mit der neuesten Windows 10 Version. Hier unten dann die entsprechende Enddatum oder das entsprechende Enddatum. Gültig bis 16.07.2016. Also jetzt hier ein halbes Jahr quasi gültig diese Version. Mehr ist hier momentan nicht zu sehen, aber ich halte euch wie immer auf dem Laufenden. Das war es dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Tschüss.